Was habe ich gemacht? Dankeschön! Willst du noch eine Milchschnitte? Na klar. Echt? Ja. Warte mal. Ich habe gar keine. Ich frage überall, aber die gibt es halt nicht mehr. Guck mal hier, Dave. Ich habe keine. Ich habe keine. Ich habe keine. Aber schau mal. Ich habe UI. Wie geht es dir? Gut. Jeder. Geht doch weg. Ich gehe nicht weg. So, wir sind unterwegs. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss. Wieso fragst du? Wegen der Rechnung gestern. Achso, ja doch. Habe ich ja gesagt, mache ich. Ich hätte ja auch gerne Leistungstuning noch draufgebracht, aber da sagt er Konto dann. dann müssen wir nochmal irgendwie. Ich trickere da nochmal irgendwie anders rein. Ende Monat. Wie geht es dir? Hallo. Sehr gut. Hi. Hallo. Na du? Na. Wie geht es dir? Kannst du sie selber? Ja, auch soweit. Okay. Soweit auch. Was denn? Was denn? Oh Gott. Was ist denn Dave? Was ist los? Nix. Erst die W2, statt ist eins. Topsami hat er gerade gekonnt, ignoriert. Ciao. Ciao, wir sehen uns. Der Stoff weiß, dass ich ein Studentin bin. Bitteschön. Danke. Ich kriege noch eine Rechnung. Warten Sie, ich schieb nochmal kurz was auf. Da haben Sie Ihre Ehre wieder. Diva! Der war gut. Der war gut. Der war gut. Du hast es so schön betont. Es war... Fettsack. Ich nehme dieses komische Auto und schmeiße es in den See. Ah Telefonzentrale, wie kann man Ihnen weiterhelfen? Du bist fett. Schaffst du es niemals. Nein, du bist fett. Guck dich mal an. Guck dich mal an. Guck du 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 dich mal an was da hängt. Moment, bestimmt nicht die Brüste. Ich meine das da drunter. Ja. Arschloch. Bis an die Knie hängt. Ja, du Pisser. Ja, deswegen ist es noch ein bisschen immer wahrscheinlich so. Selbst die Anti Faltencreme hat von dir Respekt, Junge. Lauf, du kannst dich gleich so eignen. Boah, ich bin eindeutig eine Telefonzentrale heute. Guck du dir nicht. Nee, ich weck das schon. Spasti. Spasti! Schwester! Was willst du, Brüderchen? Komm mal rüber! Muaah! Am Motor aus. Warum? ich war zu schnell das ist mein bruder normal das ist mir egal ich weiß es doch nicht sagen weißt du wie das ist der dienst nummer 123 nicht am arsch doch meine rechnung bezahlen für die autowäsche ist mir auch scheißegal wie alter dein auto ist so eine schachtel ja komm lass mal runterfahren bis hier ganz sicher nein weißt du sari so kriegt das nicht vor allem ähm faktor skype ignorier die einfach das ist einfach viel einfacher jetzt getrennt worden oder was ja man bekommt da ziemlich viel von draußen es würde nur ein kuss einer weiblichen mitarbeiterin helfen zuerst was was ist mhm hr 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 Oh, oh, oh. Oh, oh. Ich kenne dir auch. Du bist jetzt ein Spendschwuss raus, okay? Das ist das beste Team. Ach jetzt macht ihr beiden rum? Oh Gott ey. Sari, nicht stören, danke. Ich, ja was kann ich dafür? Komm nicht raus! Ich darf nicht im Moment, ich habe einen Unfall gehabt. Alles gut. Überbesserung? Ey du Asi! Was willst du? Halt es leid. Rups! Wirst du den EMS rufen? Ja. Ich gebe dir erstmal alles, ne? Weil ich bin immer noch alleine, ich muss wieder los. Ja, alles gut. Nimm doch auch mal meins ein Kling. Ich ruf mal. Ja. Ja. Hast du einen Lutscher? Guten Tag. Ne. Schade. Ich gebe dir was anderes, okay? Ja. Hier, damit du noch groß und stark wirst. Äh, hier war gerade eine Schlägerei und der eine, der hat jetzt einen ziemlich großen blauen Fleck. Ja. Ach. Geh arbeiten! Mach ich was? Warte mal... Warte mal. Also, so geht das nicht, Fräulein, ne? Warte dir klar sein. Ach pro Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, bin ich schön, aber ist das Arbeitsbeschaffungsmaßnahme oder Notwärm? Wie sieht das aus? Aua! Ausgedacht! Dankeschön! Alles klar! Also ich glaube heute landen wirklich noch ein paar im Klammatorium Ich kann es gar nicht glauben, was er hier, also... Meine... Dinge sind noch dran Was? Noch Ja Aperkant Willst du es wirklich mit mir anlegen, hm? Bist du hier ganz sicher? Nein Ich muss mich hier wieder schlagen zu müssen, Robf, wenn man schon zurückgeschlagen, jahuuu! Ey, am Ende war es eben 3 gegen 1, ja? Ganz am Ende war es eben 1 gegen 1 Ey, weißt was ich jetzt mache? Guck mal... Hallo! Oh nein! Oh nein! Na, ist gut bei dir! Mhm Also vorhin dachte ich, du siehst gut aus, aber aus dem Wingen aus der Nähe betäusche ich mich grad Wieso? Wieso? Arschloch Ich guck mal, dass dir hier niemand die Füße knapp hilft Jaja Das will sie! Dankeschön für dein Forderung, wir kommen dort, meld euch und danke! Ja Schnell am besten! Das ist nichts für heute nicht, ich blomma, mit denen ich empfieche die federale Anja wearrée einen